Ich hasse Joggen und Tour de France finde ich unglaublich langweilig. Ich mache Bogenschießen. Ich laufe also gern durch den Wald mit einem normalen Bogen und schieße da mit Pfeilen auf kleine Plastiktiere. Und das macht richtig viel Spaß. Oder auf Luftballons. Luftballons sind fast noch besser. Es ist ein bisschen wie Kindergeburtstag. Ich musste immer am Tor stehen. Mein Lieblingswitz zurzeit. Was liegt am Strand und ist schwer zu verstehen? Meinst du das ernst? Meinst du das ernst? Ja klar meine ich das ernst. Ich habe dein Skript gelesen und dir dafür eine Rechnung gestellt. Moment. Also was gibt es denn Richtiges? Ich habe einen Kopf. Ich habe etwas über die Richtiges gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020